Dass der Andrang zu einer der schönsten Hochzeitsmessen Südostbayerns dieses Jahr wieder groß sein würde, das hatten sich Veranstalter und Aussteller der Hochzeitsschau Dengendorf bereits im Vorfeld erhofft. Zwei Jahre lang konnte die Hochzeitsmesse nicht bzw. nur unter strengen Auflagen stattfinden. Um die Traumhochzeit wahr werden zu lassen, muss jedoch alles gut durchdacht sein. Also ran an die Checkliste und los geht's! Oberste Priorität haben natürlich mindestens ein Jahr im Voraus Termin und Location. Fast genauso wichtig die passenden Outfits für Braut und Bräutigam. Spätestens sechs Monate vor dem großen Tag sollte sich das Paar Gedanken über die Trauringe machen. Nun haben wir also schon Termin, Location, Kleidung, Ringe. Fehlen noch die Hochzeitstorte, der Tanzkurs, Haare und Make-up. Sie sehen schon, eine Hochzeit zu planen ist ein ganz schöner Aufwand. Aber was tut man nicht alles für den schönsten Tag im Leben?